Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Alleluja! Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Amen. Herr, ich preise deinen Namen. Danke für diesen Moment. Im Namen Joshua Maschia. Amen. So, wir hatten das mal über die Traditionen, also kurze Lehre über die Traditionen, wo Joshua, ganz klar die Pharisäer sagte, dass sie das Wort des Herrn durch ihre Traditionen ersetzt hatten. Die hatten also das Wort, also die hatten ihre Traditionen, Traditionen von Menschen über dem Wort des Herrn gestellt. Und ich sagte, das ist der Grund, warum wir heutzutage so viele verschiedene Konfessionen hatten, also haben, und dass es so eine riesige Spaltung, oder dass es solche Spaltungen zwischen sogenannten Christen gibt. Und die Leute bekämpfen sich, die Christen, es gibt also keine Einheit, obwohl Joshua Maschia in seinem Wort sagte, also in Johannes Kapitel 17 sagte er, also ein Zeichen dafür, dass die Welt seine Jünger erkennen werden, Also ist auch diese Einheit in der Liebe, die Einheit in Joshua Maschia, wenn sie erkennen, so werden sie erkennen, also dass sie von Joshua, von Jesus Christus, also geschickt wurden. Ja, es ist schade. Schade, dass es solche Mauer zwischen sogenannten Christen gibt. Schade, obwohl Christ ganz klar bedeutet, Jünger von Joshua Maschia und die Jünger von Joshua Maschia folgen ihrem Meister und der Meister ist Joshua, Jesus Christus. Halleluja. Aber nein, jeder, also viele Leute lesen das Wort, die Bibel, mit ihrer Konfession oder denominationellen Brille. Die lesen durch ihre Traditionen, die lesen durch, was ihre Systeme oder Gemeinde oder Gruppen oder Konfessionen also sagen. Statt das Wort des Herrn einfach zu nehmen und mit dem Herrn zu gehen. Deswegen sagen wir zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia. Wenn wir unsere Beziehung mit Joshua, Jesus, wenn wir die Beziehung mit Joshua Maschia aufbauen, er allein ist der Retter. Joshua sagt also, es gibt kein anderer Retter. Kein Name, kein anderer Name wurde uns gegeben. Nur den Namen Joshua Maschia. Durch Joshua sind wir gerettet. Durch Joshua Maschia werden wir gerettet. Halleluja. Und ich möchte also das Thema so fortsetzen mit, geht da so ungefähr in dieser Berichtung. Es gibt da noch, also es gibt so viele Themen, die die Christen sowieso spalten. Aber einer der Grundsteine, also ein, wie sagt man, so ein wichtiger Punkt, was ich also heute unbedingt also ansprechen möchte, ist die Göttlichkeit von Joshua Maschia. Von Jesus. Ich erinnere mich also in, ähm, schon wieder, also in, ähm, in, äh, in, äh, in, auf der Evangelisation hatte ich, ähm, lange mit, äh, jemandem geredet. Weil also auf unserem Flyer, diesen Flyer, was wir da, ähm, verteilt hatten, stand drauf, auf diesem Flyer stand drauf, ähm, das, dass Joshua der Retter ist. Also was wir da für Flyer verteilt hatten, stand drauf, also direkt, dass Joshua der Retter ist. Es gibt keine anderen Namen, in dem wir gerettet werden. Also ich zeige euch mal, was da auf diese, genau, das ist der Flyer, das ist, was wir verteilt hatten. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird, anrufen wird, wird errettet werden. So stand das, also Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 21, steht in der Bibel. Und das hatten wir verteilt. Und dann hat also die Person lange mit mir diskutiert und sagte, ja, der Name des Herrn. Wer ist der, wer ist der Name, was ist der Name des Herrn? Und ich sagte, der Name des Herrn, das ist Joshua. Und sagte, ja, nein, der Name des Herrn, das ist Yahweh. Wer ist, nee, der sagte sogar, Jehova. Aber Jehova, das ist, ich verstehe schon, also wer, welche Gruppe diese Person, also, war. Und, dann, ja, gibt es also zwei Herren, ja, wieso? Nein, es gibt, wenn du sagst, also Joshua, also Jesus, der Herr ist, was ist also mit, mit Jehova? gibt es aber zwei Herren, dann ging das hin und her, hin und her. Also, er war nicht in der Lage zu verstehen, dass Joshua, Maschia, Joshua, Maschia, der Herr ist, der Vater, der Schöpfer und auch der Sohn. und, und dann, stellte, also, es war, und dann, dann habe ich also noch bemerkt, Wahnsinn, da gibt es also viele Leute, viele sogenannte Christen, diese ganzen verschiedenen Konfessionen, die gerade gibt, da gibt es viele, die, die sich also als Christen bekennen, aber trotzdem nicht verstehen oder nicht annehmen, wer Joshua wirklich ist. Nehmen wir mal also eine kurze Geschichte da in der Bibel, ich lese mal, möchte gerne was lesen, Alleluja. Nehmen wir, also nochmal, noch zu kurz, also zu Info, die BIM ist, findet man auch, auf der französischen Seite, Bibel, Bibel de Joshua, Maschia, Bibel von Joshua, Maschia, wenn man also unter Bibel geht, da kann man also hier, äh, aus dieser verschiedenen Bibel, kann man also Luther Bibel, und, äh, auf Französisch, und dann hier steht, Bibel von Joshua, Maschia, steht auch hier, ich habe beide da, damit, äh, also Bibel von Joshua, Maschia, auf der linken Seite, rechten Seite ist also Luther, damit man das auch vergleichen kann, aber ich würde also erstmal nur, die BIM, die Bibel von Joshua, Maschia, hier haben, Alleluja. Also gehen wir mal in, Lukas Kapitel, und diese Bibel hier ist also, von 1. Mose, also Genesis, bis zum, ähm, Offenbarung, Halleluja. So, und die gleiche, also die Bibel findet man auch, auf der Internetseite von, zurück zum Wort, nur zur Info. Gehen wir mal so in Lukas Kapitel 24, ich möchte mal kurz, also diese Geschichte mal, diese Geschichte lesen, Halleluja. Ähm, äh, wo ist das? Ne, ja genau, das ist, ähm, Lukas Kapitel 24, Vers 13, Halleluja, Erscheinung des Auferstandenen auf dem Weg nach Emaus. So, ich mach's ein bisschen größer, Vers 13, und schau, zwei von ihnen gingen am gleichen Tag zu einem Dorf namens Emaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich über alles, das miteinander, was passiert war. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass, dass Jerusalem sich selbst näherte und mit ihnen marschierte, also Joshua, da sind also zwei Jünger von Joshua Marschier, die also auf dem Weg nach Emaus waren, also in diesem Dorf da, namens Emaus, und Joshua ist gekommen und ist also mit den Leuten gegangen. Da steht also, mit ihnen Marschierte, Vers 16, doch, ihre Augen wurden zugehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Die haben ihn einfach nicht erkannt. Die hatten Joshua schon, die hatten ihn schon gesehen, aber da haben sie ihn nicht erkannt. Gar nicht. Und Joshua hatte sich also mit den zwei, also unterhaltet. Die haben geredet. So, Vers 17 steht da, und er sprach zu ihnen, was sind das für Unterhaltungen, die ihr während des Gehens miteinander führt. Und warum seid ihr niedergeschlagen? Die waren traurig, weil sie etwas erlebt hatten. Aber lass mich mal also springen, oder ja, lesen wir einfach weiter. Doch, also Vers 18, und einer mit Namen Kleopas antwortete und sagte zu ihm, bist du der einzige Auswärtige in Jerusalem, der nicht weiß, was darin diese Tage geschehen ist. Vers 19, da sprach er zu ihnen, Was denn? Und sie sagten zu ihm, das von Joshua dem Nazareer, der ein Prophet war, mächtig im Tat und Wort vor Elohim und dem ganzen Volk. Punkt. Leute, habt ihr das gesehen? Die junge Joshua-Maschia, die auch Matthäus Kapitel 16 dort als Petrus, also Joshua hatte gefragt, ja, was sagen überhaupt die Leute über mich? Oh, die Leute sagen, ja, du bist der Prophet Jeremiah, oder der Propheten so, so, aber was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagte Petrus, du bist der Messias, der Maschias, der Sohn des lebendiges Elohim. Aber, nach dem Tod von Joshua-Maschia, diese Jünger sagen, dem Nazareer, der ein Prophet war, obwohl diese Offenbarung schon an die Jünger von Joshua-Maschia gegeben wurde, dass er nicht nur ein Prophet war. Er war über alle Propheten, der Messias, der Maschias, der Erlöser. Und die sagen, mächtig im Tat und Wort vor Elohim und dem ganzen Volk. Vers 20, und wie ihn, die hohe Priester und unsere Gerichte auslieferten, um zum Tod verurteilt zu werden und ihn kreuzigen. Vers 21, wie aber hofften, dass er, der ist, der Israel erlösen sollte. Die waren komplett verzweifelt. die, also, die da, die glauben, ja, Joshua ist der Erlöser. Joshua ist gestorben. Und dann, ah, nee, wir wissen nicht mehr, wer, wer er ist. Er ist nur ein Prophet. Nicht der Erlöser, nicht der Messias, nicht der Maschia. Er ist gestorben. die haben ihn also irgendwie, die wussten nicht mehr, wer wirklich Joshua war. Oh, Joshua Maschia. Joshua hatte sich also schon als Erlöser geoffenbart durch Petrus, der das bekommen hatte und alle, er hatte, er fragte, ja, wer bin ich? Was sagen die Leute? Aber was sagt ihr? Und die hatten bis zu seinem Tod geglaubt, also, dass er der Erlöser ist. Weil hier steht, wir hoffen, wir aber hoffen, dass er der ist, der Israel erlösen sollte. Die hatten also eine andere Vorstellung von dieser Erlöser. Die hatten nur nicht verstanden, was diese Erlöser überhaupt auf dieser Erde tun sollte. Und so ist das also in viele Leute, sogenannte Christen, wissen nicht, wer Joshua Maschia ist, wer ist er? Wer ist er? Ach, doch sagt allem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Jedoch einige Frauen von uns haben uns in Staunen versetzt. Wir sind erstaunt, die am frühen Morgen bei der Groove gewesen sind. Und als sie seinen Leichnam nicht fanden, kamen und sagten sie, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hätten, die sagen, dass er lebt, Joshua lebt. Die waren so verwirrt, diese Jünger, die waren verwirrt. Wie dachten, der wäre also der Erlöser, aber der wurde umgebracht, getötet, gekreuzigt. Und dann blödlich hören wir, dass einige Geschwister von uns, also Schwester von uns, also Joshua gesehen hatten, und es wird gesagt, dass er noch lebt. Wir sind verwirrt. Wer ist überhaupt dieser Joshua? Wer ist er? Oh, Joshua Maschia, Herr, bitte vergib uns, vergib uns, vergib uns. Viele von uns wissen nicht, also wer du wirklich bist. Vers 25 und er sprach zu ihnen, oh, ihr Leute ohne Intelligenz. Und genau in Galater Kapitel, in Galater hat er auch Paulus zu den Leuten dort gesagt, oh, Galater, ohne Intelligenz, wer hat euch überhaupt verheckt? Oh, ihr Leute ohne Intelligenz und mit zu langsamen Herzen, um an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Joshua sagte, hey Jünger, hey Leute, habt ihr überhaupt vergessen, was über den Messias gesagt wurde? Vers 26 Musste nicht der Messias das erleiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er ist also zum Anfang gegangen. Er ist zurück gegangen. Habt ihr überhaupt vergessen, was das Wort über mich sagt? Habt ihr überhaupt vergessen, was Moses über mich geschrieben hat? Habt ihr überhaupt vergessen, was die Schriften über mich überhaupt erzählen? Und das ist genau das Problem. Deswegen sagen wir zurück zum Wort. Zurück zum Wort. Schaut nicht auf, was die Leute, was die Traditionen von den Menschen, von euren Konfessionen erzählen. Oh nein, bei uns in unseren Büchern sagen, dass Joshua nicht Elohim ist. Unsere Bücher sagen, dass bei uns, also wir müssen erst mal zu Maria reden, aber Joshua sagt, ich bin der Weg. Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Also wenn du dich so als Christ bekennst, dann sollst du nur Joshua Maschia, Jesus Christus folgen. Seine Lehre, sein Leben, weil er der Erlöser ist, dann geht einfach zurück, schaut zurück, was wurde überhaupt über ihn gesagt. Und Joshua sagte, oh, langsamen Herzen, oh, ihr seid zu langsam im Herzen, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Vers 28, und sie näherten sich also dem Dorf, wohin sie gingen, und er tat, so, als wollte er weitergehen. Und sie zwangen ihn und sagten, bleib bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon gegneit. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie die ganze Zeit da immer noch nicht wussten, wer das war? Wer gerade sich also mit ihnen unterhalten hatte? Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und sprach einen Segen, einen Segen, und als er es geboren hatte, reichte er es ihnen. Vers 31, äh, 31, oh, Halleluja, da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, aber er wurde für sie unsichtbar. wow, 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 sie, Joshua, nur in diesem Moment, die sind also mit ihm gegangen, haben ihn nicht erkannt, wussten nicht, wer das war, er hat die Schriften erklärt, er hat gesagt, ihr kehrt zurück, könnt ihr euch nicht mehr erinnern, was über Joshua gesagt wurde? Zurück zum Wort, zurück zum Sein, und dann passierte etwas, er hat das Brot gegeben, weil Joshua das Brot des Lebens ist, das Brot ist das Wort, er gab das Wort, die haben das Wort gesehen, gegessen, die haben das, als er das Brot gegeben hat, dann plötzlich sind die Augen geöffnet, und nur so könnten Joshua erkennen. Halleluja! Darum möchte ich euch also alle, ich möchte uns also alle ermutigen, zurück zu den Schriften, nicht eure Gruppen zu Gehörigkeit, nicht eure Systeme, also eure Konfessionen, oder eure, was sie bis die ganze Zeit als Kind gelernt haben, alles, was sie als Kind gelernt haben, zurück zu den Schriften. Das ist, was wir hier tun werden, wenn wir die Schriften zusammen forschen, die Schriften, das Wort des Herrn, zusammen gucken, lesen, jeder geht und isst dieses Brot, so werden die Augen geöffnet und so werden wir die Wahrheit erkennen, Alleluja, und so werden wir Joshua Maschia entdecken, kennenlernen, wenn wir die Zeit mit ihm verbringen, die Zeit im Wort, die Zeit, also unser Herz öffnen und lassen Joshua Maschia reinkommen. Wow, Joshua, der Erlöser, der Retter. Der Typ da so sagte, ja, aber gibt es so zwei Götter? Wieso gibt da so zwei Elohim? Das kann nicht sein. Warum hat du sagst also, dass Joshua der Herr ist, dass er der Vater ist? Warum ist er so hier auf dieser Erde hatte mit einem Vater geredet? Wieso hat er also zum Vater gebetet? Wieso sagt er also am Kreuz Vater, Vater, warum hast du mich irgendwie vergessen oder verlassen? Liebe Geschwister, diese Art von Fragen, diese Fragen, wenn man solche Fragen stellt, ja, das ist berechtigt, es ist normal, dass man Fragen stellt, die Antworten sind also in dem Wort des Herrn. Aber bevor wir tiefer in diese Thematik so reingehen, möchte ich was klar stellen. Alleluja! Alleluja! Ich möchte was so klar stellen. Unser Schöpfer, der Schöpfer, der alles erschaffen hat, die ganze Erde, die Sonne, die ganze alles, auf dieser Erde ist, die Planeten, die Menschen, er hat alle Menschen erschaffen, er gibt Leben. Der Schöpfer ist so mächtig. fangen wir erstmal da an, weil manchmal stellen wir auch so Fragen und durch unsere Fragen begrenzen wir unser Herr, unser Schöpfer. Steht euch vor, der Schöpfer ist allgegenwärtig, er ist überall. Unser Schöpfer, Milliarden von Menschen, er kennt die Gedanken von Milliarden von Menschen in der Sekunden. Er kann mit so vielen Milliarden von Menschen gleichzeitig reden. Er kann die Gebeten von Milliarden von Menschen, die gleichzeitig zu ihm sprechen, hören. Er ist allmächtig. Stellen wir uns vor, Tausende von Menschen, die mit dem Herrn reden, im gleichen Moment, also Milliarden von Menschen, die mit dem Herrn reden, verteilt auf diese Welt, auf alle Kontinenten, die bringen verschiedene Themen und genau in diesem Moment unser Herr, der Schöpfer, Yahweh, antwortet alle diese Gebete, alle diese verschiedenen Themen in dem gleichen Moment. Wah! Er ist, man kann ihn nicht begrenzen, er kennt keine Zeit, er ist der Herr von Alpha, die Bibel sagt, er ist Alpha und Omega, der Anfang und Ende. Oh, Joshua Maschia, das möchte ich erst mal klarstellen, Joshua Maschia, gehen wir in Jesaja, der Prophet Jesaja, Halleluja, was der Herr über seine Güte, seine Macht oder nein, Joshua, nee, 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 Jesaja Kapitel 42, Jesaja Kapitel 42, Vers 8, oh, das ist, Jesaja Kapitel 42, Vers 8, oh, Halleluja, ich nehme mal also die Bibel, was steht da auf, warte, warte mal, das ist, äh, hier ist das auch nicht, ist das die BIM, warte mal, ist das so französisch hier, dieses Teil ist also französisch, was ist da passiert, warum, ich nehme mal so, ich gehe also auf der Seite, hier, kleinen Moment, sollte von zurück zum Wort, da gibt es etwas, ähm, Halleluja, oh, Joshua, Joshua, so, so, Jesaja Kapitel 42, 42, 42, 42, Vers 8, warum ist das also hier auf französisch geblieben, wurde das nicht übersetzt, was ist da passiert, okay, gut, ich springe mal also hier, gut, ich mache das also größer, Jesaja Kapitel 42, Vers 8, da steht, ich bin Yahweh, das ist mein Name, he, he, ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen, meinen Ruhm, den geschnittenen Bildern, Jesaja, das ist Yahweh, der Schöpfer sagt, ich bin, ich bin, ich, also ich, ich teile meine, meine Ehre mit niemandem, mit niemandem, das ist also unser, 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 unser Elohim, ich bin Yahweh, das ist mein Name, er sagt, das ist mein Name, und dieser Name, als, äh, 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 als, also in, in zweiter Mose Kapitel, äh, Kapitel 3, als Mose, Mose sagte, fragte, ja, was ist, ich, ich kehre zurück, äh, wenn die, wenn die Israeliten mich fragen, also, wie heißt du, was will ich denn sagen, dann sagt er, sag, ich bin, der ich bin, Yahweh, das ist mein Name, das ist mein Name, Mose, mit, das möchte ich also erst mal klarstellen, liebe Geschwister, er hat alles erschaffen, ich bin, äh, ich bin Yahweh, ich bin der ich bin, es gibt kein Anderen, ich teile meine Ehre mit niemandem, und diese mächtige Elohim, sagt, also, diese mächtige Elohim kann mit so vielen Menschen, so viel erhöht die Gebeten von allen Menschen, die Gedanken kennt er, warum wollen wir diese Herr mit, mit menschlichen Gedanken verstehen, er ist über die, über natürlich, über die Zeit, er ist, oh, Joshua, oh, deswegen, werde ich euch also mal, wir werden also einen Aspekt, von dieser Elohim also heute sehen, und, und, wenn wir das also klarstellen, warum, wieso kann er nicht im Himmel sein, und auf dieser Erde sein, dieser Schöpfer, der so mächtig ist, weil viele Leute sagen, ja, ja, wie, wieso, äh, ist er im Himmel, und dann wieder auf dieser Erde, also als, äh, ne, wollte ich sagen, dass Gott im, im Mutterleib von einer Frau, oder so, wie, was, er ist, mächtig, er kann doch tun, alles, was er, alles, nichts ist bei ihm unmöglich, das müssen wir erst mal klarstellen, unbedingt, unbedingt, es gibt so viele Beispiele in der Bibel, das sagen, dass Joshua, Maschia, dass Joshua, der Sohn, der Vater ist, ja, Vater und Sohn, Vater und der Sohn, Joshua, Maschia auf dieser Erde war, 100% Mensch, und 100% Elohim, Beispiel, geben wir mal so ein paar Beispiele, Jesaja Kapitel, Jesaja Kapitel 9, Halleluja, Halleluja, jetzt gehen wir mal so, was Joshua sagte, wisst ihr nicht, also was die Propheten, über mich gesagt hatten, alles was, alles was gesagt wurde, Jesaja Kapitel 9, Kapitel 9, Vers, Vers 5, Halleluja, dieser berühmte Vers, Halleluja, denn ein Kind ist uns geboren, jetzt gehen wir mal zurück, wir gehen zurück in die Geschichte, wie Joshua sagte, wisst ihr nicht, also was über mich geschrieben wurde, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Namen, ja, guck mal, hier sind die Namen von dem Kind, wunderbare Berater, starke L, diese starke L ist El Gibor, Allmächtige, mächtige Elohim, El Gibor, starke L, und der Herr, Yahweh, nennt sich auch El Gibor, also, wenn Yahweh sagt, also mein Name ist auch El Gibor, er hat sich schon mal also als El Gibor, geoffenbart, Halleluja, und da steht, Vater der Ewigkeit, also dieses Kind, dieses Kind, wird Vater der Ewigkeit benannt, also, wenn Yahweh sagt, ich bin Yahweh, ich teile keine Ehre, meine Ehre teile ich also mit niemandem, und jetzt teilt er seine Ehre mit dem Kind, es ist einfach, weil es hier um den Vater geht, und Friede führt, die Mehrung der Herrschaft und die Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen, durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Yahweh Zephaut wird dieses tun, Liebe Geschwister, Vers 5, sagt ganz klar, wer dieser Junge ist, dieser Junge, Joshua Maschia, dass es geht hier um Joshua, der der Vater ist, die Bibel sagt ganz klar, wunderbar, Berater, El Gibor, Vater der Ewigkeit, wenn der Herr sagt, wieso, wieso nimmt er überhaupt diesen Namen, weil er der Herr ist, der Vater ist, aber musste auf dieser Erde sich als Sohn geoffenbart, Halleluja, oh, vielleicht werden wir das, ich glaube, ich nehme diese Lehre heute als Einführung für die Göttlichkeit von Joshua Maschia, heute sehen wir bloß also ein paar Aspekten von Joshua, und wir werden also Teil 1, 2, das ist Teil 1, und dann werden wir also andere Aspekte von Joshua Maschia sehen, die Bibel sagt ganz klar hier, dass der Junge da, dass dieser Junge, dieser Junge, wunderbar, Berater, starke El, El Gibor, Vater der Ewigkeit, Halleluja, es gibt noch ein Vers, der sagt, dass er Immanuel, Elohim, mit uns, Joshua Maschia, es gibt so viele Aspekte von Joshua, von Jesus, nehmen wir mal, also nehmen wir einen bestimmten Aspekt heute, weil viele Leute sagen, es gibt also eine Gruppe da, die sagen, naja, wo steht also in der Bibel geschrieben, wo Joshua, wo Jesus gesagt hatte, ich bin, ich bin Gott, oder ich bin Elohim, bete mich an. Offenbarung, Kapitel, Kapitel 1, Offenbarung, Kapitel 1, heute schauen wir mal nur diesen Aspekt, und dann werden wir also, diesen Aspekt einfach wachsen, Halleluja, so, in, in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers, ähm, lesen wir mal also Vers, Vers, Offenbarung, Kapitel 1, also, hier steht also, im Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung, Joshua, Maschia, die Elohim, die Elohim gab, um seinen Sklaven, also Dina, zu zeigen, was ganz schnell geschehen muss, und durch das Senden seines Engels, hat er sie, seinen Sklaven, also, Dina, Johannan, gezeigt, der Elohim-Wort, der Elohims-Wort, und Joshua, Maschias Zeugnis, bezeugt hat, alles, was er sah, glückselig ist derjenige, der die Worte der Prophezeiung liest, und diejenigen, die sie hören und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Halleluja. Vers 8 hier, also, wenn man das liest, ich lese also weiter, Vers 4, Johannan an die sieben Versammlungen, die in Asien sind, gnade euch und Shalom von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geisten, die vor seinem Thron sind, und von Joshua, Maschia, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten, ach, Erstgeborenen der Toten, und dem Obersten, der Könige der Erde, dem, der uns geliebt hat, und uns von unseren Sünden in seinem Blut gewaschen hat, es geht hier um Joshua, Maschia, Jesus Christus, und uns zu Königen und Priestern für Elohim und seinen Vater gemacht hat. Ihm sei die Herrlichkeit und die Souveränität für die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Vers 7, siehe, er kommt mit Wolken, und jedes Auge, also wer kommt mit Wolken, das ist Joshua, und jedes Auge wird ihn sehen, auch diejenigen, die ihn durchstochen haben, durchstochen, es geht um Joshua, Maschia, wurde durchgestochen, und alle Stimmen der Erde werden sich seinetwegen an die Brust schlagen. Ja, Amen. Vers 8, ich bin das Aleph und das Taf, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wuh! Hehehehe. Es geht hier um Joshua, Maschia. Joshua, Maschia sagt, ich bin, ich bin der Anfang und das Ende, das Aleph und das Taf. Oh. Ich bin der Anfang und das Ende. Das sagt Joshua, Maschia. Und es ist nicht, also nicht nur da, er sagt das also nochmal, deswegen müssen wir das Wort, wir müssen das Wort forschen. es geht weiter, springen wir in den Vers, ganz am Ende, Vers 17, Vers 17, weil da oben, also gibt es die Beschreibung. Ja, wir können das also weiter, ich lese einfach weiter. Ich, Johannan, euer Bruder, der an der Bedrängnis und dem Königreich und der Beständigkeit in Joshua, Maschia auch teil hat, war auf der Insel genannt, Patmos, wegen des Wortes Elohim und des Zeugnisses Joshua, Maschia. Ich kam am Tag des Herrn in den Geist und hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune. Welche Sprache? Er hörte eine Stimme und die Stimme sagte, ich bin das Aleph und das Taf, der Erste und der Letzte, also wieder Alpha und Omega, das Aleph und der Taf. Was du siehst, schreibe in einem Buch und sende es den Versammlungen in Asien nach Ephesus und so weiter. Vers 12 Und ich wandelte mich um, um die Stimme zu sehen, welche mit mir redete und als ich mich ungewandt hatte, sah ich sieben goldenen Leuchten. Lieber Geschwister, er hat jemand gesehen. Und Vers 13 sagte, und inmitten der sieben Leuchte einen, der mit einem Menschensohn, einem Menschensohn vergleichbar war. Gestalt von einem Mensch, ein Mensch hatte, einen Menschensohn hat er gesehen, mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand bekleidet und an der Brust mit einem goldenen Gürtel umgürtet. und sein Haupt und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie glänzenden Kupfer, genauso wie wenn sie im Ofen glühten und seine Stimme wie die Stimme viel Wasser. und und er hat in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus meinem Mund kam ein scharfes zweischneidiges Schwert heraus und sein Eingesicht war wie die Sonne die in ihrer Kraft leuchtet und als ich ihn sah fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach fürchte dich nicht ich bin der Erste und der Letzte er hat das nochmal gesagt ich bin der Erste und der Letzte wow und Vers 18 und der Lebendige und ich war tot weil viele Leute wenn sie das lesen dann sagen sie nein das ist nicht Jesus der das gesagt hatte das ist also irgendeine Gestalt nein nein Vers 18 deswegen muss man alles lesen Vers 18 sagt und der Lebendige und ich war tot und siehe ich bin lebendig für die Zeitalter der Zeitalter Amen ich habe die Schlüsse des Hades um des Todes wer hatte hatte gerade gesprochen das war Joshua Maschia Jesus Christus benannt als Jesus Christus überall hier aber das ist normalerweise Joshua Maschia der Lebendige er sagt ich war tot und er sagt ich bin der Erste und der Letzte ich bin der Tav ich bin Tav ich bin Aleph und Tav ich bin Alpha und Omega Liebe Geschwister das so hatte sich Joshua Maschia vorgestellt in dieses Gestalt der Johannes der Joshua drei Jahre lang gekannt hatte ist mit ihm gegangen so überall die waren Wahnsinn die Lehre bekommen die saßen die Aßen zusammen und da sieht er so ein komplett anderes Gestalt von Joshua Maschia und Joshua sagt ich bin Erste ich bin Erste und Letzte dieser Typ der mit mir diskutiert hat aus dieser sogenannte Gruppe dass er sagte ja wenn er sagt Erste und Letzte das bedeutet einfach dass er wie sagt man das also er wurde als Erste wie sagt man das erschaffen weil man also Joshua Maschia als Erstgeborene nennt man sagt also der Erstgeborene deswegen das bedeutet einfach weil deswegen wurde er auch erschaffen viele Zeugen sagen Joshua wurde erschaffen er ist also Erste Nummer Eins also in der Schöpfung Gott hat ihn als Erster erschaffen und dann sind alle gekommen dieser Argument wird einfach zerstört wenn unser Herr unser Herr allein genau genau das gleiche sagt Halleluja oh das Wort Joshua das Wort ist wunderbar wir gehen jetzt in Jesaja Kapitel Kapitel 44 Halleluja Jesaja Kapitel 44 oh Joshua Jesaja Kapitel 44 wir haben gesehen also wie Joshua sagt ich bin hier steht Jesaja Kapitel 44 Vers 6 da steht Vers 6 Vers 6 lesen wir alle zusammen so spricht Yahweh Yahweh spricht hier und dann sagt er so spricht Yahweh der König Israel und sein Löser Yahweh zervt und dann sagt er ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir ist kein Elohim Schluss fertig fertig keine Diskussion mehr die die glauben dass Joshua nicht der Schöpfer ist fallen da Halleluja oh Joshua Maschia ich preise deinen Namen Halleluja Joshua ist der Vater Joshua ist der Herr Joshua ist der allmächtige Elohim Halleluja und dieser Argument zu sagen dass Joshua sagte ich bin der Erste ich bin der Letzte ich bin Aleph oder Tav oder Alpha und Omega es ist einfach weil er der Erstgeborene ist ok was ist mit Yahweh was ist mit Yahweh wenn Yahweh genau das Gleiche sagt er sagt ich bin der Erste und bin der Letzte wunderbare Elohim wunderbare Elohim ich habe gesagt also heute sehen wir bloß diesen Aspekt es gibt wahnsinnig viele viele Beispiele in der Bibel die zeigen dass Joshua der Herr der Vater ist Halleluja bleiben wir nur in diesem Aspekt von Alpha und Omega Erste und Letzte Halleluja Jesaja immer noch Jesaja gehen wir mal zurück Jesaja Kapitel 41 Halleluja Jesaja Kapitel 41 Vers 8 Vers 4 Wer hat es gewirkt und getan Vers 4 Vers 4 ja genau der die Geschlechter ruft von Anbeginn ich Yahweh bin der Erste und bei den Letzten bin ich dasselbe oh Joshua es geht weiter nein 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 noch ein Vers Jesaja Kapitel 48 48 Vers 12 höre auf mich Jakob und Israel mein Beruf ich bin der da ist ich der Erste ich auch der Letzte auch hat meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte die Himmel ausgespannt ich rufe ihnen zu allesamt stehen sie da nochmal heute entdecken wir dass Joshua Maschia der Vater ist Halleluja weil unser Yahweh 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 ist Yahweh lügt nicht darum sagte er diese Joshua Maschia der Name Joshua bedeutet Yahweh der Retter der Erlöser Yahweh ist also auf diese Erde als Sohn gekommen und Joshua hat sich also auf diese Erde als Sohn also Yahweh ist also auf diese Erde als Sohn gekommen und hat sich gezeigt die Bibel sagt ganz klar wer der Herr mit bloßen Augen in seine Göttlichkeit und seine komplette Göttlichkeit also sieht kann nicht überleben und deswegen hatte sich also dieser Körper diese er ist also als Mensch er hat sich bekleidet ist auf diese Erde gekommen als Mensch und hat sich also die Menschen geoffenbart also als Sohn die Menschen gezeigt dass er also wie der Sohn der Vater ehren sollte Joshua Maschia wunderbar Elohim El Gibor ich preise dein Name Joshua Maschia Ich erhebe dein Name Joshua Maschia Joshua ist der Vater Joshua ist der Schöpfer Joshua ist der Erlöser Halleluja nicht diese Joshua die die Leute die haben Bilder Fotos von einem sogenannten Jesus Leute Leute liebe Geschwister diese Bilder von Jesus was die Leute da was die Leute da also überall haben das ist er nicht wer hat immer so fotografiert das ist er nicht das ist aber weg schmeißen es gibt es ist nicht das Thema für heute Halleluja ich wollte uns also alle zeigen also ein klein also nicht klein also das ist schon riesig ist schon groß Joshua ist der Vater Joshua ist der Erlöser für die Leute die sich also irgendwie begrenzen dass Joshua am Kreuz das Gott stirbt wie kann also Gott sterben wie kann also der Elohim sterben aber der Körper und dann sagten sie warum hat Joshua am Kreuz gesagt Herr warum hast du mich verlassen Joshua hat alles es gibt so viel zu sagen Joshua hat alles er musste alles erfüllen was die schriften sagten haben wir doch in Lukas Kapitel 24 gelesen habt ihr nicht gelesen habt ihr nicht die schriften geschaut was die schriften über mich sagen er hat alles getan diese diese begriffe so am Kreuz das ist also Psalm 22 er hat das einfach gesagt warum hast du mich verlassen es gibt so viel so viel zu sagen aber heute wollten wir mit dem Thema die göttlichkeit von Joshua marschier anfangen und ich wollte heute zeigen dass Joshua der Alpha und Omega Aleph und Tav genauso wie unser Yahweh und beide sind eins und wenn wir Johannes Kapitel 17 noch lesen da gibt es noch so viel zu entdecken aber ich möchte also heute hier einfach stoppen also ich ich beende das das Thema hier diese Sendung also heute mit diesem Aspekt dass Joshua marschier Aleph und Tav ist Alpha und Omega Anfang und Ende Halleluja er hat er ist der Schöpfer alles erschafft Joshua danke für alles was du tust für die Leute die noch nicht glauben wer er wirklich ist verbringen wir einfach die Zeit zusammen in dem Wort jeder geht einfach in Wort gehen die Schriften forschen gucken wer er ist und nicht vergessen wir haben mit dem Schöpfer zu tun wir haben mit dem Schöpfer zu tun wir können unsere Schöpfer einfach nicht begrenzen nicht in eine Box oder in einem Raum zu schließen und nein 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 oder in eine Zeit zu begrenzen nein das geht nicht alles ist möglich bei unseren Herren und er hat das in seinen Schriften alles hat er einfach erklärt also nächstes Mal werden wir einfach wir werden uns noch einige Fragen stellen warum betete Joshua zum Vater warum sagt der Vater ist groß oder warum so viele Aspekten von Joshua Maschia werden wir noch hier entdecken und ihr werdet sehen wir werden alle sehen dass Joshua wirklich der Schöpfer ist also alle diese Konfessionen die sowas ablehnen sind komplett gegen dem Wort die haben ihre eigene Tradition angenommen die haben ihre Traditionen über die Lehre von Joshua Maschia gestellt und sind auf dem falschen Weg und deswegen sagen wir zurück zum Wort tut Buße tun wir einfach alle Buße und kehren wir zu unserem Herrn Joshua Maschia Herr danke für dein Wort danke für alles was du tust im Namen Joshua Maschia Amen